P wie Primmel oder Prima. Was gibt es denn hier Feines? Am 8. Mai gibt es hier was. Am 8. Mai fangen wir hier an diesem Parkplatz, an dem Wanderparkplatz Schlossmühle in der Lauterstein mit dem Frühlingsspaziergang 10 Uhr an. Jawohl. Einheimische Sachen oft, Lauterstein, die kürzen das ab, der Lauterstein. Und keine Bange, auch wenn hier andere Schilder stehen. Also Lauterbach bringen wir nicht ins Spiel. Ich meine den Ort Lauterbach. Wir fangen hier an mit dem Frühlingsspaziergang. Anmeldung ist abbeten. Elbe at online.de. Zum Beispiel. Aber wir sind Heidissima, Heinrich Dieter und Sigrid Markstein. Und da könnt ihr auch schreiben info at heidissima.de. Können wir schon anrufen. 0172 3704714. 8. Mai 10 Uhr hierher. Aber bitte Voranmeldung, denn mit anderen werde ich nicht gehen. Und wenn sich keiner anmeldet, ja dann geht doch nicht. 8. Mai 10 Uhr. Ja. Am Parkplatz Niederlauterstein, in einer einheimischen Fracht, die werden Lautersteinsachen. Am Manderparkplatz Schlossmühle. Es anmeldet kein Elbwölb, der Schwarzberg. Ich, jo, jo, jo. Du lebst es zu, eine Woltsamie. Jo, jo, jo.